Spielst du auch Klavier? Do you play the piano as well? Dann mach doch mit beim Hähne Klavier Wettbewerb 2016 auf YouTube. Then take part in the Hähne Piano Competition 2016 on YouTube. Ich arbeite im Hähne Verlag und ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei wärst. I'm an employee of Hähne Publishers and would love to see you in the competition. Du brauchst auch nur aus dieser Notenausgabe eines von Edward Kriegs lyrischen Stücken zu spielen, so wie ich gerade oder ein bisschen besser. You just have to play one of these lyric pieces by Edward Krieg from this sheet music edition, just like me, or a bit better. Was gibt's zu gewinnen? Tolle Noten und Geldpreise bis zu 200 Euro. What can you win? Find sheet music editions and up to 200 Euro in cash. Alles weitere findest du unter hähne.de. Find all details on hähne.com. Viel Spaß und viel Erfolg. Have fun and good luck.